Was geht ab, ihr deutschen verdeutschten Deutschländer aus Deutschlandistan? Ich bin der Überking und willkommen beim RPD, ihr Schamlippen. RPD ist mein neues Contest-Format auf diesem Kanal und steht für Robin Prankt, die WG-Bewohner. In Afrika verhungern Kinder. Drei Teilnehmer haben sich für den Contest qualifiziert und ihr könnt nun einen Gewinner kühren. Von Z. In den nächsten drei Tagen werden hier drei heftige Pranks an den drei Bewohnern der WG S13 hochgeladen. Immer 18 Uhr. Ihr entscheidet durch eure Likes, welcher Prank gewinnt. Dabei zählen nur Likes, nicht Dislikes. Der Gewinner bekommt den Hauptgewinn, den Deckel von meinem Orangensaft. Frauen räumen immer nicht die Küche auf. Schlampen. Aber kommen wir zum ersten Teilnehmer. Oh Gott!